Hallo meine Lieben, ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Jetzt wackelt ihr. Ja, ich bin jetzt schon hier. Es hat sich alles ein bisschen geändert. Da ich jetzt Corona habe und totale Artzeichen habe und zu Hause bin, dachte ich, mir drehe ich jetzt gleich das Video. Und ja, wir gucken, was in den letzten beiden Türchen ist. Und wir fangen an mit den total tollen ATCs von der ATC-Tauschgruppe. Und da hatte ich in der 23 dieses tolle MFT-Hässchen. Und heute, schauen wir mal, haben wir, die ist ja schön. Meine Liste sagt, du warst brav. Von der Sarah. Zucker, zucker, zuckersüß. Und wir öffnen gleich noch die 25. Weil wir schon dabei sind und dann kann ich das abschließen. Und, 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 ein Pinguin. Total schön. Von Kreativlabor. Dankeschön. Zu diesem Kalender möchte ich mich jetzt gleich bedanken. Richtig toll, wie jedes Jahr. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Und die Karten werden heute noch einsortiert. Und ich bin richtig, richtig happy. Dann kommen wir zur Verena. Verena, ich habe deinen Kalender heuer das erste Mal gekauft. Ich bin überwältigt, was alles drin war. Gestern hatte ich hier eine Schneeflocke, eine große. Und das ist Winterberry Apple Tea. Wintertee mit Cranberry, Apfel und Honig. Hört sich mega an. Ich rieche daran, wenn ich wieder riechen kann. Und, ja. Aber ich weiß, es duftet mega. Genau. Das war gestern drin. Und heute haben wir die 24. Ein großes Paket. Und ich bin gespannt. Und es, oh, es ist viel. Wir haben Winterschokolade. Dankeschön. Total cool. Hier ein Anhänger. Merry Christmas. Ein Kärtchen. Ich wünsche dir ein frohes Fest. Vielen Dank für deine Bestellung. Und das damit verbundene Vertrauen. Ja, dankeschön. Ich freue mich riesig. Und, was haben wir hier? Uh, Körperspray. Pineapple Coconut Vanille. Total schön. Freut mich riesig. Das werde ich auch benutzen, wenn ich wieder riechen kann. Ich freue mich total. Ich liebe es ja so duftiges. Und, ja. Dankeschön. Auch zu dem Kalender. Möchte ich sagen. Ich muss jetzt schnäuzen sonst. Sorry. Zu dem Kalender möchte ich sagen. Ist ein mega toller Kalender gewesen. Da kann man sich ja den Betrag aussuchen. Und für das, was ich bezahlt habe, ist echt viel drin. Und ich freue mich riesig. Dankeschön nochmal. Und ich freue mich auch aufs Dufteln. Und, ja. Und ganz lieben Dank an dich, liebe Verena. Wir können es ja jetzt mal versuchen. Aber ich glaube, Ich rieche nichts. Ich rieche nichts. Schade eigentlich. Aber ich denke, das riecht echt geil. Dann kommen wir zum letzten Kalender von der Silvia. Da muss ich nicht viel zu sagen. Wir machen nächstes Jahr wieder einen. Die Silvia ist eine richtig tolle Bastelfreundin. Und ich hatte gestern diese zucker, zucker, süße Karte in meinem Kalender. Mit dem Pinguin. Und hier diesen coolen Weihnachtsmann. Ich glaube, der ist von Sisi. Ich bin mir aber nicht sicher. Der ist ja mal mega süß. Genau. Das war gestern drin. Und jetzt heute ist der 24. Ein gerader Tag. Und deswegen bekomme ich heute ein Geschenk. Und das packen wir jetzt aus. Ich habe hier das allerletzte Türchen. Die 24. Wir rubbeln jetzt mal, damit wir alles richtig gemacht haben. Müsste jetzt hier ein Rentier drin sein. Mit der Lichterkette. Und es ist das Rentier mit der Lichterkette. So. Wir machen zuerst rosa auf. Denke ich. Und sie hat mir schon geschrieben, es ist eine Karte, die hätte sie am lieben selbst gerne behalten. Und ich sehe schon, was es ist. Ich habe hier so eine auch gemacht. Oh, ist die süß. Die ist ja voll cool. Das ist von Launforn. Diese Stinktierchen. Und die haben ein Weihnachtsfest. Und das ist ja mal zucker, zucker. Richtig toll. Kann man sich hinstellen. Zuckersüß. Also die gefällt mir ja mal richtig gut. Lieben Dank, meine Liebe. Tschüss. Ja, so cool. Ich freue mich. Danke, danke, danke. Ich hoffe, dir gefällt deine Karte auch, die du heute drin hast. Ähm, ja. Ja, ich warte schon ganz gespannt auf dein Video. Und ja, Dankeschön für diese wunderschöne Karte. Ich stelle die jetzt mal hier her. Und dann kommen wir gleich zum Geschenk. Und zwar haben wir hier ein Stempelset von meiner Lieblingsmarke. Juhu. Von Mama Elephant. Und das Ding ist, ich weiß nicht, was ich aufgeschrieben habe. Also ich weiß nicht mehr, was auf meiner Wunschliste war. Ich bin so, so gespannt. Und ich freue mich so, so, so tolle. Und ich möchte jetzt an der Stelle nochmal Danke sagen. Für diesen tollen Kalender. Und ich bin traurig, dass es vorbei ist. Aber ich freue mich schon riesig auf nächstes Jahr. Und wir gucken. Eins, zwei, drei. Oh mein Gott. Ja. Ich habe Little Agenda Trains. Das ist der Zug. Den kann man sich zusammenbauen. Ich habe Maschinen und einen Schaffner. Einen Weihnachtsmann und Tierchen. Oh Gott, ist das toll. Tschut, tschut, tschuga. Super süß. Da kann ich mir echt eine tolle Karte mit vorstellen. Riesigen, 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 riesigen Dank an euch alle. An Verena, an Silvia, an alle, die bei ATC Kalender mitgemacht haben. Dankeschön. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Und bleibt alle gesund. Passt auf auf euch. Ich hoffe, ihr hattet noch nie Corona und ihr werdet es auch nie haben. Ich habe es mir echt nicht so schlimm vorgestellt, muss ich sagen. Und da, ich denke, manche hatten es noch schlimmer. Und das ist echt krass. Jetzt, wo man denkt, es ist alles vorbei. Ja, wunderbar. Aber man kann ja nichts machen. Und deswegen, bleibt gesund. Passt auf auf euch. Und wir hören und sehen uns im nächsten Jahr wahrscheinlich wieder. Und auf Instagram natürlich täglich wahrscheinlich fast wieder. Aber hier auf YouTube wahrscheinlich nächstes Jahr. Ich wünsche einen tollen Start in 2023. Lasst es euch gut gehen. Passt auf auf euch. Und wir hören und sehen uns. Danke für alles. Eure Jenny. Tschüssi.